In der roten Ecke angekommen vom Gladiators Fighting Gym aus Bern, Rostad Mala. Ja, in der blauen Ecke. Er ist 27 Jahre alt, 17 Kämpfe absolviert, 13 davon gewonnen und 4 durch Kau. Er kämpft für CSKA All-Star Stuttgart, Oskar Sokolowski. In der roten Ecke, er ist 29 Jahre alt, 17 Kämpfe absolviert, 14 gewonnen und kämpft für das Gladiators Fighting Gym aus Bern in der Schweiz, Rostad Mala. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es, wir sind jetzt bei den ganz schweren Jungs. Wir sind im Superschwergewicht. Oskar Sokolowski hat gestern 107 Kilo auf die Waage gebracht und Rostad Mala hat es auf 115 gebracht. Wir kämpfen im Superschwergewicht. Der Kampf ist angesetzt auf 3x3 Minuten und im Kampfstil K1. Auf geht's, Oskar. Oskar! 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 Vielen Dank. 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 Seconds out. Vielen Dank. 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 Seconds out. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.